Ja, let's jam, das Spiel startet. Links, das ist der Marc in den roten Krikots und rechts, das ist der André. Und er macht gleich seinen ersten Punkt. Sehr schön. 2 zu 0. Das war sehr schön. Das war nicht James Worsley, das war der André. Ja, weil der bedient ja schnittliche Knöpfe. Ein Fehlversuch vom Marc. Wieder André. Spielt ihn auf die rechte Seite. Aber da ist er schon wieder dazwischen, der Marc. Oh, der Marc nicht von so weit werfen. Das bringt nichts. Du musst schon am besten an den Korb ran, so wie jetzt. Jawohl. Das war korrekt. 2 zu 2. Eine Minute gibt's noch Zeit, um den Sieg herauszuspielen. Und ein schöner Dank vom André. Da geht er mit 4 zu 2 in Führung. Wollen wir doch mal sehen, wer den ersten Dreier wirft. Der war ja fast bis an der Hallendecke. Da gibt's übrigens die interessantesten Danks. Sind ja eigentlich so, wenn sie drehen, die 360er. Da ist ein Dreier. Ein Dreier vom André. Und damit 7 zu 4. 38 Sekunden vor dem Schluss. Er ist schon wieder dazwischen. Jetzt lullt er ihn ganz sanft und sachte rein. Ja, er geht mit 9 zu 4 in Führung. Oh, der geht geht. Ja, was für ein Dreier. Der war ja fast vor der Mittellinie. Hast du das gesehen? Ja, die Bulls. Der Marc, du voll der Profi. Unglaublich. Jetzt nochmal, der André wieder. Macht er wieder einen Dreier an? Nein, Rebound von Marc. Die letzten 17 Sekunden. Oh, er passt her. Nein, er prallt zurück. Schade. André, auch was für ein Pass hinter dem Rücken. Und ein schöner Ruf jetzt dann. Das ist, glaube ich, die Vorentscheidung. 11 zu 7. 6 Sekunden vor dem Schluss der ersten Runde, beziehungsweise des ersten Spiels. Das Spiel ist jetzt zu Ende. Wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner. Knapp, aber es ist so. André ist eine Runde weiter. Tja, der Marc hat nicht schlecht gespielt, aber war ein kurzer Besuch im Moment. Er ist leider, leider, leider... Ja, das ist besonders jämmerlich, gerade im Finale so zu versagen. Hier nochmal ein Spielchen, wie immer vom Onkel Norman. Bitte schön, auf die Beamstation mit dir. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Tschüss. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Ja, und da sind wir schon wieder in den Wicht losgeworden. Und hier kommen die nächsten beiden Video-Fighter. Jo, Leute, ihr wisst, es geht um die Wurst heute. Was sagst du dazu? Meinst du, du hast eine Chance? Ich würde sagen, ja. Ach, was ich dich eigentlich schon immer fragen wollte, hast du eigentlich einen Rasierer? Gute Frage. Setzen. Sag mal, Lukas, und du meinst, du hast ja im Stressigen Raum auch die Lippe so weit aufgerissen. Meinst du, du schaffst es? Für dir sage ich es nicht. Zu mir sagst du es nicht. Ziemlich harter Bursche, oder? Setzen. Wie sie ihn wieder fertig machen heute. Und er hat keine Chance, weil seine Videotoren heute nicht kommen. Ja. Nur die Besten sind da. Deswegen spielen wir jetzt Super Bomberman 2. Ja, und zwar müsst ihr nicht nur auf den Gegner aufpassen, sondern achtet auf die Tücken des Laufbandes in der Mitte. Viel Vergnügen. Das Spiel startet jetzt. Natürlich spielen wir auch jetzt wieder Best of Three. Das heißt, wer zuerst zwei Runden gewonnen hat, der ist eine weiter. Wer ist wer? Who is who? Michael ist der mit dem weißen Helm und der Lukas mit dem schwarzen. Und auf dieses Band könnt ihr also eure kleinen Böhmchen ablegen, so wie es gerade der Michael gemacht hat. Und dann werden die da so rund transportiert und laufen da so rum. Ihr könnt euch auch selber fahren lassen. Jetzt wird es aber gleich rascheln in deinem Karton. Da müssen Sie aber aufpassen. Gut, achten wir mal weiter drauf. Oh, jetzt hat der Lukas sich beinahe selbst ein 1-Rest gelegt, aber noch mal Glück gehabt. Ihr solltet natürlich auch die Sonderbonus-Dinger nehmen, damit ihr nämlich mehrere Bomben auf einmal legen könnt. PC und zwar eine Schnelle werft. Jetzt kann er sogenannte Zeitböhmchen legen. Die kann er dann selber zünden. Ja, warum der Michael jetzt da oben drei gelegt hat, weiß ich nicht so genau. Jetzt ist er drin, der Michael. Jetzt macht's bimmel, bimmel. 1 zu 0 für den Lukas. Jetzt könnte schon die Entscheidung fallen, wenn der Lukas diese Runde auch noch gewinnt. Da hat er den Michael aber auch gerade ganz schön in die Ecke getrieben, muss ich schon sagen. Ha, ha, ha. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt werden wir uns mal konzentrieren. Lukas, die Michael verlässt sich ein... Oh, Vorsicht, die Michael. Ui, 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 ui. Das wäre beinah ins Auge gegangen im Bastel des Wortes. Jetzt machen sie wieder ein bisschen armlos rum. Jetzt passiert im Moment wieder nichts. Ui, 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 ui. Aufgepasst. Ah, es passiert im Moment nichts. Nicht den Totenkopf nehmen, weil der bringt euch gar nichts. Der lahmt euch nur. Da werdet ihr jetzt hier. Oh, oh, der Lukas. Lukas ist schon wieder gut in Fahrt. Michael passt. Ja, er passt jetzt auf. Er muss auch aufpassen, denn Lukas führt mit 1 zu 0. Ui, ui, ui. Ihm darf jetzt nichts passieren, der Michael. Mann, der muss jetzt endlich weg. Jetzt ist er da. Oh, jetzt hat der Michael sich selbst zerdrisselt. Das ist ja unglaublich. Das heißt, der Lukas ist eine Runde weiter und der Michael ist leider, 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 leider. Komm her, Michael. Für dich gibt es natürlich auch wieder von meinem Spiele-Experten ein kleines Spiel. Ja, zum Trainieren. Auf die Beamstation. Die Strafe folgt zugleich. Schieben, 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 schieben. Ha, 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 ha. Das geht richtig spannend zu heute hier bei uns im Schloss der Schwiele. Und hier sind die letzten beiden Wichte für die ersten Runde. Ja, Leute, ihr wisst, der Herr der Spiele ist im Finale immer gnädig. Ich gebe euch die Chance, mir eine dusselige Frage zu stellen. Du, du als erstes, bitte. Ja, Robby, willst du immer so klein bleiben oder wächst du noch, he? Setzen. Und du? Ich habe eine Frage. Kannst du uns mal verraten, warum du immer wie El Bandi herumläufst? Äh, wer ist El Bandi? Setzen. Ich will jetzt Windjammer spielen, Windjammer. Was du spielen willst, interessiert mich überhaupt nicht. Spielen wir nicht. Übrigens, höfliche Menschen geben eine Antwort, wenn sie etwas gefragt werden. Und sagen nicht immer nur Sätzen. Insofern bin ich höflich. Trotzdem will ich Windjammer spielen. Wir spielen es trotzdem nicht. Kannst du machen, was du willst, weil du so frech warst. Wir spielen Fatal Fury Special, natürlich. Die beiden Brüderchen, die hocken in dem Speisewagen von so einem Zug. Da kriegen sie ein bisschen Probleme mit ihrem Essen. Gehen sie aufs Dach und hauen sich ein bisschen was vor die Kinnlade. Gibt's überhaupt nicht. Hier gibt's Fatal Fury Special. Yeah, das Spiel startet. Yeah. Gut, schauen wir mal, wer wer ist. Sebastian ist links im Bild zu sehen. Und der Francesco rechts mit den blonden Haaren. Gut. Das sind die beiden Brüder Terry und Andy übrigens. Soll das so sein. Die spielen ja auch Best of Three. Die spielen auch Best of Three, natürlich. Wer zuerst zwei Runden gewonnen hat, ist eine weiter. Schauen wir mal, wie's aussieht. Ja, die sind auf einem Eisenbahnzug. Siehste? Die fahren daran vorbei in Hollywood gerade. Sind sie gerade? Wie sieht's im Moment aus? Eigentlich passiert nicht besonders viel. Jetzt ging's auf die Kronen. Das gibt eine neue Jacket-Krone oben wahrscheinlich. Und wie sieht's jetzt aus? Das war das 1 zu 0 im Moment. Für den Francesco steht also 1 zu 0. Runde 2. Ja, geht mal aufeinander zu, damit ihr euch auch berührt. Jetzt kommen die Special-Würfe. Jetzt gibt's ein bisschen Feuer aufs Dach. Aber da greift der Francesco schon wieder an. Ja, er lässt sich nichts gefallen. Zwei Brüder, die so im normalen täglichen Gebrauch miteinander so umgehen. Reubi und ich sind manchmal ja auch so nett zueinander. Aber wir tragen das ja doch mal verbal aus, ne? Ja. Ja, jetzt schauen wir mal. Wird's eine Entscheidung durch K.O. oder nach Punkten? Auf jeden Fall ist klar, wenn Francesco diese Runde gewinnt, ist er im Viertelfinale. Jetzt schauen wir mal. Das war's, glaube ich, ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss, jawohl, das war's. Das heißt, wir haben eine Entscheidung. Francesco ist eine Runde weiter und Sebastian hat nicht schlecht gefeitet. Aber er ist leider, leider... Sebastian, man muss nicht groß sein, um groß zu sein. Du kriegst natürlich auch von Norman wieder eine kleine Kassette zum Trainieren. Bitte schön. Trotzdem war's nicht schlecht, weil du warst mir eine Freude. Endlich wieder Bienenfutter. Binnen, 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 Binnen! Nein! gleницу! F разklaretz! Wollens! Wollens! Einmal!